Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vor einem halben Jahr habe ich bereits Produkte von Typology getestet und euch hat das Format Re-Review sehr, sehr gut gefallen. Dieses Mal aber ein bisschen anders. Ich habe einige neue Produkte von Typology bekommen. Ich habe einige Produkte selbst gekauft und, und das ist die Inspiration unter dieses Videos, ich habe eine ganz besondere neue Art gefunden, mich im Alltag vor der Sonne zu schützen und dabei trotzdem Make-up zu tragen. Und die möchte ich euch heute wirklich zeigen, weil ich glaube, dass das für viele von euch eine sehr, sehr gute Sache sein kann, wenn ihr etwas sucht, was eure Haut nicht reizt, was eure Haut schön aussehen lässt und was eure Haut schützt. Und deswegen will ich gar nicht so viel quatschen und wir hüpfen direkt ins Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Start in die Woche. Falls nicht, hoffe ich, dass der zweite Teil dieser Woche für euch ein klitzekleines bisschen besser ist. Ihr erinnert euch, ich habe die Produkte von Typology vor einer Weile getestet und ich war extrem inspiriert von den Produkten, kann man fast sagen. Weil ich glaube, seitdem ich die Serum Foundation getestet habe, sich mein Make-up nochmal ganz anders entwickelt hat, vor allem was die Base angeht, ne? Wir erinnern uns, neulich habe ich einen lustigen Kommentar gelesen. Maxim trägt keine Foundation, was ist da los? Genau. Was ist da los? Das ist da los. Denn ich glaube, seitdem ich mehr in meine Haut investiere, nicht unbedingt Geld, sondern vor allen Dingen auch Zeit, ich setze mich mehr mit Inhaltsstoffen auseinander, ich setze mich mehr mit Texturen auseinander, mit Herstellungsmethoden, ich probiere verschiedene Sachen aus, die auf meine Haut zugeschnitten sind, sehe ich den Unterschied. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Setzt euch mit eurer Haut auseinander und hört nicht auf Skincare-Gurus, die sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, sondern hört auf eurer Haut, lasst euch inspirieren und lasst euch informativ inspirieren von Skincare-Gurus, die euch helfen, die Haut zu verstehen. Aber am Ende des Tages müsst ihr eure Haut verstehen. Und das habe ich, glaube ich, bei mir mittlerweile gemacht. Und vor allen Dingen, seitdem ich Sonnenschutz trage, ist es nochmal, oder vermehrt und extrem Sonnenschutz trage, ist es nochmal was ganz anderes geworden. Heute Produkte von Typology. Ich habe ein paar neue Produkte von denen zugeschickt bekommen. Ich muss sagen, ich habe auch einige nachbestellt von damals. Ich hatte ein paar Produkte das erste Mal bekommen, habe dann ein Video gemacht, fand das sehr, sehr gut. Typology hat mir geschrieben, ob wir zusammenarbeiten wollen. Ich habe gesagt, ja, wenn ihr irgendwie mal was Neues habt, lasst uns das gerne machen. Sie haben auch was Neues, was sehr, sehr spannend sein könnte für euch. Ich will mich aber gar nicht unbedingt auf das neue Produkt fokussieren, sondern wirklich auf ein Produkt, was ihr vielleicht schon kennt und einen Sonnenschutz. Ich sehe wieder ein bisschen aus wie ein sizilianischer Gigolo mit drei Haaren auf der Brust. Irgendjemand hatte geschrieben, dass ein Goldkettchen fehlt. Das habe ich da hinten gelassen. Besser ist. Falls ihr Typology nicht kennt, Typology ist eine Marke aus Frankreich, die sehr fokussiert auf die Inhaltsstoffe geht und sehr, sehr clean arbeitet. Also sie probieren, die Inzi-Liste so kurz es geht zu halten und Typology hat, und das fand ich sehr, sehr spannend, die längste Inhaltsstoff-Blacklist auf dem Markt. Also sie haben die größte Liste, die sie sich selbst gesetzt haben und gesagt haben, wir wollen das nicht mehr drin, wir wollen das nicht mehr drin, wir wollen das nicht in den Produkten, sondern dafür bessere Alternativen oder wenn es nicht sein muss, dann kann es ganz draußen bleiben. Das ist ein guter Ansatz, den ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Es gibt viele Produkte, die gestreckt werden, in Anführungszeichen, auf dem Markt, damit sie eine ganz besondere Textur haben. Aber Typology schafft das auch ohne diese Listen und das ist eine gute Sache. Ein kleiner Tipp, den ich von Typology bekommen habe, den ich auch selber schon mal gemacht habe und der mir sehr gut geholfen hat, die Seite zu verstehen oder die Produkte zu verstehen. Ich glaube, wenn man sich noch nie mit der Marke auseinandergesetzt hat, kann es am Anfang so ein bisschen überwältigend sein, weil es sieht alles so hochwertig aus und es ist alles sehr, sehr clean und alles sehr, sehr strukturiert. Aber wir sind konditioniert darauf, Produkte zu kaufen, weil, oh, Packaging. Das Packaging von Typology ist super, super simpel. Also es ist nichts, wo du sagst, boah, okay, ich weiß sofort, wenn ich die Verpackung und den Namen des Produktes lese, was das Produkt kann, sondern ihr braucht einen Moment Zeit, um es zu verstehen. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil man sich dadurch ein bisschen mehr mit den Produkten auseinandersetzt. Falls ihr darauf keine Lust habt, dafür bin ich da. Und ihr könnt bei Typology Online eine Hautanalyse machen und die Hautanalyse gibt euch dann die Produkte an die Hand, die für eure Haut funktionieren. Ich habe hier einmal die Serum Foundation, die ich sehr, sehr gerne mochte. Ich habe sie auch über das letzte halbe Jahr regelmäßig benutzt. Ich hatte mir auch danach, seitdem ich die Produkte gekauft hatte oder vor allem dieses hier im Foundation, noch mal ein paar andere Foundation-Alternativen oder Serien mit Foundation ausprobiert. Das ist die beste. Sie hält den ganzen Tag. Sie sieht unglaublich schön auf der Haut aus und funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich habe hier die 2. Die ist mir gerade tatsächlich ein Stückchen zu dunkel, weil ich einfach so viel Sonnenschutz im Gesicht benutze, dass ich nicht ansatzweise mehr irgendwie an meine natürliche Sommerhautfarbe rankomme. Aber ich habe was anderes. Sehr, 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 sehr gut. Ich will gar nicht so viel quatschen. Wir starten mit dem ersten Produkt, was ich gerne mit euch benutzen möchte. Das ist, glaube ich, auch recht neu. Das ist ein Illuminator mit Vitamin C. 5% Vitamin C und Glowdrops. Erstmal die Verpackung super, super süß. Die Verpackung ist recycelbar, ist aus Glas. Ihr habt oben nur diesen kleinen Kunststoff-Ding und ihr könnt die Pipette dann sogar rausnehmen. Das Produkt ist sehr, 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 sehr flüssig und unglaublich schön. Schaut euch das bitte einmal an. Das ist so ein... Wie kann ich es beschreiben? Es ist wie so ein Glow-Primer mit Vitamin C, der einen sehr schön perligen Glow hat. Also, er hat keine groben Glitzerpartikel, sondern hinterlässt auf der Haut wirklich einen richtig schönen Hauch. Und gerade im Sommer finde ich das persönlich super, super schön. Da gebe ich euch den Tipp immer bei den Produkten, lasst sie wirklich mit eurer Haut arbeiten. Ich weiß, im Alltag hat man manchmal so ein bisschen Stress und man will schnell das Make-up irgendwie fertig haben. Aber wenn ihr Produkte habt, die mit eurer Haut arbeiten, das ist ja nicht nur dekorative Kosmetik, sondern Topology ist so ein bisschen ganzheitlich. Und gebt den Produkten wenigstens eine Minute Zeit, dass sie richtig schön einziehen können. Und ihr seht es auch, es ist schon direkt in die Haut eingezogen. Und nur noch dieser Glow auf der Haut ist sichtbar. Und das ist etwas, was ich liebe. Man kann das Produkt in eine normale Foundation mit reinmischen, einfach um sie so ein bisschen aufzuwerten. Mit Glow und Vitamin C funktioniert mit sehr, sehr vielen Foundations. Ich habe es jetzt so verwendet. Es ist am besten, wenn ihr das direkt mit eurer Creme oder der Foundation mischt. Ich habe es jetzt aber extra so gemacht, um euch zu zeigen, was ich damit vorhabe. Aber ich habe was anderes, was ich gerne machen möchte. Und zwar erinnert ihr euch an den Concealer. Der kommt in dieser Kohlenmetalltube. Das ist eine Aluminiumtube, auch sehr, sehr gut recycelbar. Ich habe den hier in der Farbe 2. Der Concealer ist mit Koffein, Niacinamid und Cornflower Hydrolat und hat eine hohe Deckkraft. Er hat wirklich eine hohe Deckkraft. Ich nehme mir jetzt mal hier eine kleine Menge. Er ist ein bisschen dicker. Also es ist kein sehr, sehr flüssiger Concealer. Der braucht auch einen Moment, dass er warm wird. Aber das ist das, was ich halt so schön finde. Ich liebe Make-up zu nutzen und nicht nur aufzutragen. Wisst ihr, Make-up ist mittlerweile für mich nicht mehr nur, ich sehe gut aus damit, sondern das ist eher, das klingt immer so ein bisschen cheesy, aber es ist halt eine Erfahrung. Das ist ein Prozess. Und wenn du dir den Concealer auf die Hand gibst und den ein bisschen warm werden lässt und vielleicht kurz mit deinen Fingern verreibst und das Produkt spürst, dann ist es nochmal was ganz anderes. Und jetzt, und das ist das, was ich so super, super gut finde. Und dann nehme ich hier die Sonnencreme. Das ist die Creme Solare SPF 50 Alacid Hyaluronic, also mit Hyaluronsäure und Lichtschutzfaktor 50. 82% natürlichen Ursprungs und die mische ich mir hier mit rein. Erstmal eine kleine Menge. Das mische ich richtig, richtig schön auf meiner Hand und lasse das mal kurz auf meiner Hand drauf. Denn, das reicht natürlich nicht an Lichtschutzfaktor. Ich nehme jetzt hier einmal den Lichtschutzfaktor und die Vitamin C Glow Drops und kann mir das Produkt schon mal auf mein Gesicht auftragen. Was ich gelernt habe und das finde ich sehr, sehr spannend, lieber arbeite ich in mehreren kleinen Schichten bei Lichtschutzfaktor als in einer großen Schicht, weil ich dadurch einfach ein sehr viel besseres Gefühl habe, an welchen Stellen meiner Haut ich schon war und an welchen nicht. Das sieht noch ein bisschen verrückt aus, aber vertraut mir, das wird richtig, richtig schön. Und jetzt nehme ich meine Sonnencreme und Concealer-Mischung und arbeite mir diese mit einem normalen Make-Up-Pinsel ein. Und ihr habt, und das ist das, was ich so krass finde, ich kriege andauernd Kommentare, hey, kannst du mir eine getönte Sonnencreme zeigen? Kann ich nicht. Ich habe noch keine gefunden, die so gut ist wie diese Kombination. Und damit tue ich mich dann halt schwer, nur etwas zu zeigen, damit ich euch irgendwas gezeigt habe, sondern es soll auch gut funktionieren. Schaut euch das bitte an. Ich arbeite mir das ein. Ihr habt die Deckkraft von dem Concealer und der ist sehr, 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 sehr deckend. Und diese Pflege und den Schutz von der Sonnencreme. Und ich arbeite mir das jetzt einfach in so Stippling-Bewegungen an. Nicht in wischenden Bewegungen, sondern wirklich in diese Stippling-Bewegungen. Einfach, um das Produkt richtig, richtig schön in meine Haut zu kriegen. Und der braucht natürlich dadurch auch ein Momentchen länger einzuziehen. Aber das Ergebnis ist genial. Es zersetzt sich nicht. Ihr habt, und das ist das, was mich bei anderen BB-Creme-Lichtschutzfaktoren immer stört, es sieht immer komisch aus. Weil ihr mit der Sonnencreme niemals, wenn ihr sie direkt mit Farbe gemischt habt, in eurer Gesichtswand halt niemals das perfekte Finish. Und ihr kommt auch nicht auf die Menge an Lichtschutzfaktoren, die ihr braucht. Weswegen? Vitamin-C-Glowdrops in die Sonnencreme, Vitamin-C-Glowdrops auch vielleicht darunter oder direkt in die Foundation, könnte ich jetzt hier sogar mit reinmischen. Ist völlig egal. Darum geht es nicht. Erst den Lichtschutzfaktor, dass ihr schon mal eine Grundschutz habt. Und dann erst den Lichtschutzfaktor mit dem Serum bzw. dem Concealer mischen. Und dann habt ihr dieses perfekte Ergebnis. Und jetzt seht ihr, was ich meine. Ihr habt ein sehr, sehr ebenes Ergebnis. Die Haut ist richtig, richtig satt. Also die ist mit Feuchtigkeit versorgt. Und schaut euch das mal bitte an. Ich drehe mal das Highlight-Licht hier jetzt weg, dass ihr nicht zu viel Ablenkung von Reflexion habt. Dieser Glow kommt durch. Ihr könnt das natürlich pudern, gar keine Frage. Lasst es aber wirklich einen Moment einziehen. Und die Haut ist perfektioniert, gleichmäßig, ohne irgendwelche komischen Streben, ohne irgendwelche komischen Abrutschungen oder Würstchenbildungen, weil ihr dasselbe Produkt benutzt. Erst den Sonnenschutz, dann den Sonnenschutz mit dem Concealer zusammengemischt. Das ist ein kleiner, aber feiner Tipp, der wirklich diesen Unterschied macht. Und das funktioniert mit diesen beiden Produkten am aller, allerbesten. Ich trage mir das Ganze jetzt nochmal hier mit meinem Pinsel auf der Haut auf. Und jetzt lassen wir das Ganze kurz einziehen. Ich nehme meinen Schwamm, nehme noch den Rest, den ich hier auf meinem Handrücken habe und arbeite mir alles richtig schön in die Haut mit ein. Einen kleinen Vorteil, den das, oder einen sehr, sehr wesentlichen Vorteil, den das Ganze noch hat, man soll ja Lichtschutzfaktor immer reapplizieren. Das funktioniert am besten, wenn ihr das jetzt da einfach oben mit drauf gebt, weil ihr natürlich die Grundlage der Deckkraft auf eurem Gesicht oder die Grundlage auf eurem Gesicht ist natürlich schon dieser Sonnenschutz. Und das funktioniert extrem. Schaut euch bitte einmal dieses Ergebnis an. Es sieht aus, als hätte ich nichts im Gesicht, aber ich habe trotzdem was im Gesicht. Und das fühlt sich nicht schwer an, sondern es fühlt sich einfach so frisch an. Wir lassen das Ganze kurz einziehen, dass es richtig schön warm werden kann. und in der Zwischenzeit mache ich ein bisschen Concealer drauf und dann zeige ich euch nochmal was anderes. Das ist schön eingezogen. Ich habe ein bisschen Concealer benutzt mit einem Puder. Ganz, ganz leicht. Und schon ist der übermäßige Glow weg. Da ist die Lichtspitze. Und ich habe ein extrem natürliches Ergebnis. Man sieht noch so ein bisschen Haut durch, aber es ist alles perfektioniert. Der Blush-Barm oder der Lippen-Barm kommt durch. Ich gehe jetzt hier einfach nochmal so ein Stückchen rüber, einfach um wieder so ein bisschen Feuchtigkeits-Look drauf zu haben. Und die Base ist genial. Und die hält. Die hält wirklich sehr, 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 sehr gut. Wir machen noch ein bisschen die Augenbrauen. Und ihr könntet, wenn ihr wollt, das Vitamin-C-Glow-Serum, wirklich keine Menge reicht, auch noch so ein bisschen auf die Lippen. Hier auch vorher einen Engelsbogen unter die Augenbrauen. Einfach wie so ein Liquid-Highlighter mit drauf geben. Und ihr seht aus wie frisch vom Strand. Ansonsten habe ich noch zwei Empfehlungen für euch aus der Skincare-Ride. Typology ist ja eher wirklich so ein bisschen Richtung Skincare. Einmal dieses Öl. Das ist ein... Es hat nur sieben Inhaltsstoffe. Und das funktioniert genial, wenn ihr abends das Make-up runter haben wollt. Das sieht recht klein aus. Aber glaubt mir, ich habe das jetzt seit einem Monat. Und ich habe nur so viel rausgenommen. Ein kleiner Tropfen reicht. Ein Tropfen davon in die Hand, in euer Gesicht und dann alles ab... Also so ein bisschen aufimulgieren. Ihr könnt einen Schluck Wasser mit dazu nehmen und dann richtig schön in euer Gesicht verteilen. Das nimmt das ganze Make-up weg ohne. Und das ist das, was ich halt immer ganz gerne mag, ist, wenn ich mich abschminke. Ich will nicht dieses gestripte Gefühl haben. Das setzen viele immer gleich mit. Oh, die Haut ist super sauber. Nee, nee. Wenn deine Haut sich nach dem Abschminken so gespannt anfühlt und so sauber anfühlt, war es zu viel. Ganz zartes Reinigungsöl. Es brennt nicht in den Augen. Wie gesagt, Topology ist halt eher wirklich, wenn ihr sagt, ihr habt eine empfindliche Haut, ihr wollt eure Haut nicht reizen, sind das sehr, sehr gut. Und, falls ihr noch mal auf der Suche nach einem Toner seid, habe ich hier den Ton 1003 mit Niacinamid und Rosenextrakt. Ein beruhigender Toner. Der ist sehr, 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 sehr wässrig. Einfach in Wattebausch. Und dieses Rosenwasser, kennt ihr alle. Super, super schön. Ihr habt noch mal eine Pflege mit drin. Niacinamid ist noch mal mit drin. Und auch hier. Ich habe es ja jetzt nur ein bisschen auf der Hand. Ich wünschte, ihr könntet das fühlen. Das ist halt nicht wie so ein aggressiver Toner, der die Haut noch mehr strippt, sondern du gibst ihn auf deine Haut mit einem Wattebausch oder mit den Händen und deine Haut fühlt sich danach besser an. Richtig schön geschützt und gepflegt. Also sehr, 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 sehr gut. Gut, ich bin super gespannt, wie euch die Produkte von Typology gefallen haben. Schreibt mir gerne eure Empfehlungen auch noch mal in die Kommentare, falls ihr Produkte von der Marke schon kennt. Ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich schreibe euch mal ein paar Produktfavoriten unten in die Infobox, dass ihr da mal schauen könnt, was euch vielleicht inspirieren könnte, selbst mal auszuprobieren. Große Empfehlung von mir ist selbstverständlich die Sonnencreme in Kombination mit dem Concealer, weil ihr einfach so ein ganz cleanes, sehr, sehr erwachsenes Finish auf der Haut habt, ohne dass man sich so geschminkt fühlt. Das ist ja das, was wir viele von uns gerade sehr, sehr gerne mögen. Und natürlich auch dieses Vitamin C Glosierum. Das war klar, dass ich euch das zeigen muss. Ich liebe Glow. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Schaut gerne bei Typology einmal vorbei, probiert die Sache aus, probiert diese Hautanalyse online aus und dann sehen wir uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch noch.